Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen! Guten Mittag! Oder auch guten Abend! Liebe Leute! Ja, ja alles klar. Und wir haben uns überlegt, es wird mal wieder Zeit für eine neue Videoreihe mit Sascha. Jedenfalls, wir haben uns nämlich gedacht... Sorry. Kein Ding. Wir machen heute eine kleine Musikchallenge. Wir hören uns hier mit unseren Kopfhörern aus unserer Playlist einen random Song an. Den singen wir dann vor, weil Sascha und ich sind im Bereich Singen. Haben hier relativ krasse Gesangskünste. Ich hab Abiturgesang. Okay, soll ich anfangen? Also wir können halt den Text von den meisten nicht an. Ich zumindest nicht. Wiramba! Aber besser zu hören hören kann. 9,1 von 3 Let's try to play. I'm getting closer Ja Beame me up, man Ja, das heißt aber nicht Beame me up Natürlich heißt es Beame me up Ich dachte es heißt Kassett, Alter Jetzt bin ich gespannt, wenn ihr so rumkommt Oh I I, I sing I answered name But it went away And she walked out Out and I was there Mmmmmmm, yeah yeah Das lied ist Wie heißt das? Bitte hör es So tight You got me lifted You got me lifted You got me lifted You got me lifted, shifted Die leidling How you get so fly, sugar sugar, how you get so f... Äh, das ist schul, tschul noch. Richtig! Ist das gerade dein Song? Ja, ich weiß nicht wie du heißt. Ja, warte. We had to walk a winding To say to you But I don't know how I don't know how Is that one or one? Oh my god, because... Ok, ich will das, go. I don't know how to talk to me. I don't know how to talk to me. Baby! Yeah! I'm trying to reach you! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehrere Episoden haben wollt. Hat echt Bock gemacht. Und ja, Leute, machen wir es einfach folgendermaßen. So, bis euch! Ja, das war gut, Alter!